Jetzt mache ich noch ein Futter. Geh mal zur Seite, vielleicht ist es lockerer. Ja genau, dann guckst du zu mir. Ulrika, jetzt sind wir fertig und ich habe die auch ein bisschen hochgesteckt. Kannst du dich einfach mal drehen, dass man das sieht. Entschuldigung, macht nichts, macht nichts, einfach weitermachen. Genau, so schön. Okay, jetzt mache ich mal das hochgesteckte auf. Jetzt kann ich hier mal aufzitzen. Das kann ich hier auch mal aufzitzen. so sieht es aus jetzt drehe ich mal noch mal und wir haben von der farbe her nummer 22 613 und gemischt die beiden die beiden farben noch zusätzlich genommen und das ist so schön geworden gefällt es dir auch dann sage ich viel spaß und